Assalamu alaikum und hallo und herzlich willkommen liebe Freunde. Nun man hört ja ständig und überall, der Islam unterrückt die Frau, der Islam quält Tiere, der Islam nimmt hier Rechte und da Rechte. Ja, dann schauen wir mal. Die Gnade des Islam erstreckt sich nicht nur auf den Mensch, sondern auf alle Geschöpfe Gottes. Er verbietet jegliche Grausamkeit gegenüber Tieren und das schon vor über 1400 Jahren. Lange bevor die modernen Bewegungen sich die Rechte der Tiere auf ihren Banner schrieben, verlangte bereits der Islam, freundlich gegenüber Tieren zu sein. Sogar wird die Grausamkeit gegenüber Tieren als Grund betrachtet, in die Hölle zu kommen. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen seien auf, ihm erzählte von einer Frau, die eine Katze so lange einsperrte, bis sie verhungerte und sagte, dass sie aufgrund dieser Tat ins Höllenfeuer gehen wird. Im Gegenteil dazu wird die Güte gegenüber Tieren reichlich belohnt. Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen seien auf, ihm erzählte die Geschichte eines Mannes, der sich auf einer Reise befand und durstig wurde. Er fand einen Brunnen, kletterte diesen hinab und stillte seinen Durst. Als er herauskam, fand er einen Hund vor, der vor lauter Durst den Schlamm aufleckte. Da sagte der Mann zu sich selbst, dieser arme Hund ist genauso durstig wie ich. Also kletterte er wieder hinab und holte dem Hund Wasser. Der liebe Gott rechnete ihm diese Tat so hoch an, dass er ihm seine Sünden vergab. Die Gefährten des Propheten Mohammed, Frieden und Segen seien auf, ihm fragten, O Gesandter Allahs, werden wir für die Güte gegenüber Tieren belohnt? Und er, Frieden und Segen seien auf, ihm antwortete, ihr werdet belohnt für jedes Geschöpf, dem ihr etwas Gutes tut. Präzise wird der rechte Umgang mit Tieren folgendermaßen definiert. Der Islam verlangt, dass Haus oder Nutztiere mit sauberem Wasser und reichlich Futter versorgt werden. Ein Tier darf weder geschlagen noch gequält werden. Des Weiteren hat der Prophet Mohammed, Frieden und Segen seien auf, ihm verboten, Tiere zur Unterhaltung gegeneinander kämpfen zu lassen. Ebenso ist es im Islam verboten, Küken von ihren Müttern zu trennen. Und selbstverständlich ist es auch verboten, Tiere zu verstümmeln. Wenn also Tiere im Islam schon so klar definierte Rechte haben, wie wird dann wohl die Güte gegenüber den Menschen aussehen, den Gott vor allem Geschöpfen bevorzugte? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch du etwas Neues aus diesem Video gelernt hast und hoffe, dass es dir gefallen hat. Und wenn du dich fragst, wie ich eigentlich zum Islam gekommen bin, dann bist du nur noch einen Klick von der Antwort entfernt. Na Klick, kostet auch nichts.